Was ist der Wagen BPM-Wagen? Was ist der Wagen BPM-Wagen? Sie haben gut im Team weitergearbeitet, haben jetzt die Voraussetzung als BPM-Flugzeug nach vorne zu fliegen. Wir haben Schritt für Schritt, das sieht man an den Stufen, BPM weiter nach vorne gebracht, sodass das BPM-Team, was man hier sieht, in dem BPM-Flugzeug immer weiter nach oben fliegen kann und so seine Ziele erreichen kann. So, und dazu haben wir unsere Stärken zusammengebracht. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir einen sehr, sehr starken Antrieb haben, der dazu führt, dass über unser analytisches Denkvermögen und unser logisches Denken die Rädchen im Unternehmen so zusammenzubringen, dass sie effizient funktionieren. Große Stärke dabei ist unsere Kommunikationsfähigkeit und unser Zusammenhalt, ausgedrückt durch diesen Ring. Wir sind in der Lage, die großen Teile des Unternehmens zusammenzubringen, indem wir Brücken bauen. Was hilft uns dabei? Wir sind humorvoll bei der Arbeit, wir bringen gute Ideen rein, wir sind super flexibel, Wir sind offen und transparent und haben vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Jeder von uns kann mit anfassen und über den Tellerrand sozusagen auch über das Fenster hinaus schauen. Eine Stärke sind auch die Antennen, die wir haben, um Schwingungen im Unternehmen aufzunehmen und so im Prinzip auf ein Ziel hinzusteuern, was immer weiter nach vorne geschoben wird, sodass wir in der Lage sind, dieses Unternehmen bestmöglich zu unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank.